Harry sagt guten Morgen, heute am 8. Juni 2018. Es ist 8.36 Uhr, wir haben 23 Grad. Keinen Wind, keine Wellen und im Moment auch keine Sonne. Schuld daran ist diese Riesenwolke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und mit diesen Bildern werden wir uns dann wieder verabschieden. Wir wünschen einen schönen Tag und sagen Asta manana. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.